Es ist Freitagnachmittag und nicht irgendein Freitagnachmittag, sondern es ist Brückentag, denkt einer. Ja, auch. Natürlich, das ist sehr schön, der ein oder andere nutzt das. Aber es ist auch der erste Freitag im Monat und damit ist es der Non-Farm-Payroll-Freitag. Also der Freitag, wo die Amerikaner ihre Arbeitsmarktdaten rausgeben. Folge richtig, es geht nach oben. Wir haben Euro gegen US-Dollar. Es geht nach oben. Wir haben Gold. Es geht nach oben. Wir haben den S&P beispielsweise. Das gilt für die anderen Indizes natürlich auch hier auf dem Weg nach oben. Schönerweise ist es ja durchaus ein bisschen nachvollziehbar, in welche Richtung das geht, das Ganze oder ging. Denn wenn man sich mal anguckt, das ist so schön ist Chart-Technik tatsächlich. Wir hatten unser Tief hier am dritten, also gestern Nachmittag und sind ja dann relativ gut nach oben gekommen und verhältnismäßig wackelig nach unten gut nach oben gekommen. Verhältnismäßig wackelig nach unten. Das sind nur Indizien natürlich. Das sind alles keine Beweise. Aber sie zeigen eben, dass die Aufwärtsseite die bessere ist. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn jetzt die Nachrichten, weil viele ja sagen, ja, aber es sind doch die Nachrichten, die es letztlich entscheidet. Ja, okay, von mir aus. 14.30 Uhr, wie immer am ersten Freitag im Monat, gibt es die Non-Farm-Payrolls. Die gucken wir uns jetzt mal an. Wenn die jetzt gut ausfallen, aber die Stimmung tendenziell nach unten schwach ist, nach oben aber tendenziell ganz gut, dann habt ihr eine Idee, was gute Nachrichten wohl bewirken. Was wäre im umgekehrten Fall? Nehmen wir mal an, es wäre stark nach unten gegangen und wenn, dann höchstens wackelig nach oben. Dann hätte es vielleicht sogar sein können, dass gute Nachrichten, ja, auch noch mal so ein bisschen positiv mit einwirken, aber längst nicht so sehr. Hier haben wir aber eigentlich einheitlich eine Bewegung, die auch im Vorfeld schon eigentlich darauf hingedeutet hat, dass die letzte Bewegung eben eine deutliche Aufwärts war, dann eben Zeit totschlagen beispielsweise um anschließende Fortsetzungen. So, jetzt kommen wir aber zu den Daten. Es quatscht ja da so lange rum. Gucken wir mal, was es damit auf sich hat. Und zwar die Non-Farm-Payrolls. Sie sind zwar schlechter ausgefallen als erwartet, also wir sehen das hier, das ist diese rote Zeile, die wir hier haben. 278.000 waren es im letzten Monat. Das war deutlich geringer ausgefallen und enttäuschend eigentlich, als es viele erwartet haben. Für dieses Mal waren so um die 600 bis fast 700 erwartet. Es sind leider etwas weniger geworden, nämlich nur 559. Aber es hat trotzdem gereicht, die Arbeitslosenquote noch mal ein bisschen zu verbessern, auch über das Maß der Erwartungen hinweg. 5,9 wurde erwartet, nach 6,1 und 5,8 ist es geworden. Also gute Nachrichten, was das angeht. Was eigentlich gar nicht so eine gute Nachricht ist, da bin ich jetzt noch mal gespannt. Das ist so ein bisschen totgeschwiegen, das Ganze. Keine gute Nachricht. Vielleicht hat man das noch nicht so richtig auf der Uhr. Das ist eigentlich etwas, was viele sagen, ja, das ist ja nicht so wichtig, ist ja nur orange. Steht ja nur eine 2 drin, keine 3. Das sind die Average Hourly Earnings. Das sind also die durchschnittlichen Stundenlöhne, zum Beispiel aufs Jahr gerechnet oder im Monatsvergleich. Und wenn wir jetzt mal so ungefähr gucken, das waren die Vorwerte. Guckt selber drauf, die Zahlen. Ich lese euch jetzt nicht vor. Dann die Forecast. Und Actual ist also tatsächlich noch mal deutlich mehr, als erwartet wurde schon. Es wurde ja schon höher erwartet, aber es ist gerade im Jahresvergleich deutlich noch mal gestiegen. 1,6 wurde erwartet, 2,0 ist es gewesen. So, das heißt, Löhne werden teurer in Amerika. Klar, das war schon angekündigt. Da haben wir schon häufig drüber gesprochen, weil einfach zu wenige freiwillig arbeiten. Dann sagt man, kriegen sie halt mehr. Wer zahlt das jetzt? Zahlt das der Unternehmer? Sagt er sich, ist ja kein Thema, verkaufe ich meine Villa und dann bezahle ich meine Angestellten? Oder sagt er sich, ja, das werde ich wohl früher oder später an meine Kunden weitergeben müssen? Stichwort Inflation. Also, gute Nachrichten. Mehr Leute arbeiten, das ist eine gute Geschichte. Entspannung vom Arbeitsmarkt. Allerdings, Stichwort Tapering. Auf der anderen Seite. Denkt mal an die Inflation. Also, ich habe den Eindruck ein bisschen, dass man jetzt im Moment sagt, ja, komm hier, es spielt alles keine Rolle. Gut, ich weiß, ihr wisst, dass ich nicht wirklich der Fundamentalist bin, was das angeht, die Daten da so extrem breit treten. Ich gucke immer auf das, was der Chart macht. Allerdings muss man sich schon die Frage stellen, Ach, Inflation, alles nicht so schlimm. Arbeitssituation verbessert sich. Jetzt wird die FED erst richtig Gas geben mit Hilfsmaßnahmen. Ich habe den Eindruck, dass der ein oder andere sich ein bisschen in der Richtung vertan hat. Aber vielleicht liege ich auch völlig falsch. Ich habe ja keine Ahnung. Ich bin nur dummer Händler. Aber deshalb komme ich auch wieder auf das zurück, was ich kann oder was ich mache. Nämlich, ich gucke auf die Charts und gucke dann, wie ist die Stimmung der Marktteilnehmer. Was machen die gerade, um daraus abzuleiten, ob ich sage, mache ich da noch mit oder sage ich mir, dann vielleicht doch nicht mehr. Tatsächlich sind die Märkte schon ein ganz gutes Stück gelaufen und zwar auf der bullischen Seite. Wir können noch mal wechseln. Das ist jetzt hier S&P gewesen. Das ist jetzt der Dow Jones. Der ist nicht ganz so eindrucksvoll, wenn wir uns das jetzt hier angucken. Jetzt gucken wir noch mal auf den Nasdaq. Der ist sehr schön noch mal nach oben geschossen. Also wir sehen, ja, soll man jetzt über Shorts nachdenken? Ja, doch nicht, wenn der Kurs so steigt. Shorts sind dann ein Thema, wenn der Kurs wieder sowas macht. Das kann in der nächsten Minute losgehen. Das weiß ich auch nicht. Das schicke ist aber, klar, dieses Teil verpasse ich. Gleichzeitig sehe ich es aber. Und dann brauche ich nur noch abzuwarten, bis diese Seite wieder passiert. Und dann kann ich sagen, ah, ich bin wieder im Bilde und dann weiß ich, in welche Richtung es vermutlich weitergeht. Im Moment haben wir das aber nicht. Im Moment ist das Letzte sowas. Ihr könnt euch vorstellen, wenn jetzt der Markt nur so ein bisschen runterkommt, wackelig. Von mir aus auch ABC. Das muss ja nicht nur so aussehen. ABC in irgendeiner Form kann auch ein bisschen spitzer sein. Und dann hat man, sobald wir diese Marken durchstoßen, zumindest mal eine Vorahnung, ja, ein bisschen dürfte da eben noch gehen. Also, insofern im Moment noch nicht die Short-Seite. Im Gegenteil. Es indiziert eigentlich alles, was wir hier haben, so ein bisschen die Long-Seite. Ja, die stärkere Aufwärtsseite. Jetzt hier so diese Geschichte, die Long-Seite nochmal. Ich würde mir das nach so einem deutlichen Anstieg, den wir hier haben, durchaus ein bisschen testieren lassen. Hier einfach mal so auf der kleineren Ebene, wie ich das gesagt habe. Dann zeigt doch, dass ihr eine Pause machen wollt. Ja, das kann ja durchaus im 5-Minuten-Chart, 15 Minuten sein. Zur Not in 1-Minuten-Chart, wenn ihr sagt, ich will aber jetzt unbedingt rein. Aber lasst euch irgendwo ein Päuschen anzeigen. Dann habt ihr einen Anhangspunkt, auf den ihr euch referieren könnt. Und habt dann auch eine Idee, wie ihr mal den Stopp dann entsprechend einsetzen kann. Der ist dann natürlich enger, als wenn ihr jetzt sagt, ist egal, wir sind schon weit gelaufen. Ich gehe jetzt trotzdem noch rein. Wo wollt ihr denn dann stoppen? Hier unten drunter? Irgendwo willkürlich hier? Habe ich kein gutes Gefühl dabei. Aber ich will nicht alles besser wissen. Weiß ich auch nicht. Aber ein Ansatz wäre eben, sobald es wackelig runterkommt, danach nochmal in Trendrichtung. Aktuell ist der Trend nach oben. Also ist die Orientierung vorläufig grundsätzlich nach oben. Da ich allerdings insgesamt noch nicht so richtig überzeugt bin, würde ich mich nicht wundern. Und ich sage das nicht, damit ihr jetzt schon in eine Short-Position eingeht. Aber ich sage das, damit ihr zumindest jetzt nicht sagt, also mit sowas, nee, Entschuldigung, mit sowas hier, konnte man ja gar nicht rechnen. Ja doch. Natürlich muss man mit sowas rechnen. Jederzeit. Das Schöne ist, wenn sowas kommt, so ähnlich wie hier, wenn sowas kommt und er dann entsprechend wackelig nach oben geht, wüsst ihr, aha, okay, vorläufig war das die letzte starke Richtung. Dann werden wir die wohl mindestens noch ein bisschen weiter fortsetzen. Also, ihr seht, worauf ich hinaus will. Ich hoffe, ihr kommt damit ein bisschen klar für den heutigen Zwischentag nochmal. Für all diejenigen, die gestern Feiertag hatten, genießt das vielleicht noch einigermaßen guten Wetter. Es ist ja nicht ganz mehr so toll. Genießt ein bisschen diese starke Marktbewegung. Lasst euch aber nicht einlullen von irgendeiner Idee, sondern guckt das, was machen die anderen. Orientiert euch so ein bisschen, guckt mal rechts und links und wenn die alle kaufen, dann so, oh, dann mische ich mich nochmal unters Volk und mache das gleich. Aber natürlich nicht bei hohen Preisen, sondern bei Angebotspreisen. Und Angebotspreise ist, machen wir mal ein bisschen günstiger. Ah, okay, siehste, so finden wir es sexy. So, ich habe euch, glaube ich, einiges mitgegeben. Euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Vorher nochmal einen erfolgreichen Handel. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin, euch alles Gute und ganz liebe Grüße.